Ja genau. Ehm... Ehm... Ja, ich habe noch ein paar. Beruhigt nicht. Ich denke, ich mache etwas Neues. In der Pause konnte mir jemand sagen, er sagte, es ist super cool, dass ihr Comedians sagt, die nicht ins Publikum gehen und mit den Leuten reden. Wo ist er? Stachel. Stachel? Wirklich? Ja, oder? Ehm... Wie ist dein Name? Ehm... Pippo. Okay. Nein, ich probiere noch etwas, was du sagst. Wie heisst du? Selly. 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 Wunderschöner Name. Selly, bist du Single? Ja! Du bist Single. Moment. Du musst schnell eine andere Pose reinnehmen. Ha! 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 Dreißig ist nicht so alt. Selly, würdest du dich als Feministin bezeichnen? Nein. Gut. So viel Gemeinsamkeit. Machen schnell die Augen zu, ich muss aufstehen. Ich weiss nicht, aber schon mal eine Doku auf der National Geographic. Der Elefant bedeutet, dass er wieder aufsteht. Selin, ich glaube, das könnte etwas werden, was du bist. Ich muss einfach über meine Bindungsängste kommen. Meine Bindungsängste, das ist der Grund, wieso sie nicht so oft Ski fahren. Oder äh...